Ich bin Dennis Frieske und technischer Berater für Kältemittel bei Westfalen. Durch die F-Gas-Verordnung gewinnen A2L-Kältemittel immer mehr an Bedeutung. Bei diesen Kältemitteln handelt es sich um synthetische Kältemittel mit einem besonders niedrigen GWP-Wert und einer hohen Energieeffizienz. A2L-Kältemittel können helfen, Energie zu sparen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Manche Unternehmen fühlen sich immer noch unsicher im Umgang mit brembaren Kältemitteln. Unsere Erfahrung in der Praxis hat jedoch gezeigt, dass A2L-Kältemittel gut handelbar sind. Wenn Sie noch unsicher sind im Umgang mit brembaren Kältemitteln, helfen wir Ihnen gerne weiter.